Ja, Leute, ciao aus Kampstadt, heute mit einem neuen Video und zwar wir spielen eine Runde Hype in 31er und zwar jeder, der hier ist, wird sich gleich auf der Tropical Map verstecken und wenn ich ihn gefunden habe, hat er eine zweite Chance, nämlich er kann sein Gegenüber verraten, ein 31er sein und hat dann noch ein weiteres Leben. Ich bin gespannt, wer von euch der größte 31er hier heute sein wird und die Runde gewinnen wird. Du wahrscheinlich, ihr. Ich würde sagen, ihr versteckt euch, ich mache die Kiste auf und, oh, das ist ja hier eine schöne Bright-Kiste. Los, versteckt euch hier. Ja, geht mal rein, geht mal rein, ja, ja. Brauchst nicht so doof gucken, Fischkopf, du bist gleich der Erste, den ich hole. Gut, dann werde ich jetzt mal meine Kiste aufmachen, die Leute ein bisschen Zeit geben, sich zu verstecken. Hier, Taschenriff, das haben wir dabei. So, Standardskill ist heute echt nicht gut drauf zu sprechen, euch hier zu finden. Wenn ihr mir hier irgendwas macht in der Karte, ich werde euch direkt auseinandernehmen, was haben wir denn hier Schönes? Alter, das sind ja jetzt... Was ist das denn hier für ein Gebiet, WTF? Wollt ihr mich veräppeln? Ey, die wollen mich doch verarschen. Wie soll ich die denn hier finden, bitteschön? Das geht gar nicht. Ach du Scheiße, was... Können wir uns hochgrappeln? Ey, da wäre auch gar keiner mehr rausgekommen. War nicht schlecht, okay. Aber ich merke schon, die Verstecke sind auf der Karte sehr, sehr gut. Also es wird anstrengend sein, hier alle zu finden, wenn wir ein bisschen Zeit brauchen. So, ich glaube, das ist hier das erste Haus. Übrigens, ich komme jetzt schon rein, Leute. Machen wir die Tür von innen auf. So, sehr gut. Rauskommen! Ah, Schiss gehabt, ne? Schiss gehabt, hatten sie. So, den Ersten sehe ich schon. Der Erste kann dann rauskommen. Hallo. Oh, da hat er ein neuer Benzer. Arme aus dem Fenster. Ich habe eine Idee. Ich werde mir erst mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist für dich jetzt richtig durchlaufen. Du willst mich verarschen, ne? Wolltest du mich verarschen? Na, dann kannst du mir aber zeigen bestimmt, wo deine Kollegen sind, ne? Na, deine Abfahrt. Guck mal, das ist ein 31er, so wie er im Bilderbuch steht. Guckt euch das an. Der sprintet richtig los. Der ist richtig aufgeregt. Der will richtig seine Kollegen verraten. Schade. Zehn. Neun. Ach. Rauskommen. Beide rauskommen. Ich glaube, ich ticke hier nicht richtig. Die Leute werden immer frecher. Rauskommen. Ja, geh doch. So, du bist also jetzt auch jemanden 31er oder was? Zeig mir, wo die anderen sind. Und du freu dich nicht so. Komm her! Spitzhackenduell! Los! Du bist der König. Du darfst dich nochmal neu verstecken. Abfahrt. Tja, da hat jemand aber einen ganz schön auf den Deckel bekommen, würde ich mal sagen. Wartet mal, Leute. Was habe ich hier gehört? Ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. So, dann zeig mal. Direkt deine Kollegen verraten. Abfahrt. Komm. Komm, komm, komm. Nächster hier. Wo sind sie, hä? Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ah, schön hier. Im Ferienhaus. Im Holzhaus. Und hier unten, wer ist hier? Wir machen mal hier in die Wäschekammer rein. Wer versteckt sich hier in der Wäschekammer? Aha. Okay, ich merke schon, auf was die Map aus ist. Sie ist auf ganz eklige Geschichten aus. Da müssen wir echt hinter jeden Gegenstand gucken. Leute, ich sag euch eins. Mach keine Faxen mit mir. Ey, das darf doch nicht sein. Hier ist keiner. Lol. Das ist ja Baba-Fa- Die Leute sind gar nicht in den Baba-Verstecken drin. Die muss ich auch sagen, die sind gemein. Als Sucher ist das sehr, sehr gemein, was hier abgeht. Oh, was ist das für ein Campingplatz? Wer ist hier in meiner Försterhütte? Auch niemand, ne? Hey, hier ist... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Leute. Es kann nicht sein, dass hier keiner drin ist. Naja, wenn jetzt jemand rauskommen würde, das wäre super, dass ich wenigstens einen Erfolg hätte. Aber hier scheint echt keiner zu sein. Gut, okay, dann werden wir einfach weiterlaufen. Ha! Ich hab dich gefunden. So, zeig mir einen. Komm. Hopp, hopp. Ah. Ich glaub grad einer, der hat einen Baba-Versteck. Ich sag auch, den Grün-Troop hätte ich fast auch nicht gesehen, weil der so grün... Oh. Oh, 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 oh. So, du zeigst mir auch einen. Komm, Abfahrt. Guck dir diesen... Bart, stopp, stopp! Ich möchte einmal, dass du dir diesen 31er anguckst, der dich verraten hat. Wahrscheinlich hättest du sonst die Runde gewonnen. Guck ihn dir genau an. Was hältst du von dem? Ja. Scheiße, ne? So. Ihr beide kommt mit. Und du zeigst mir den nächsten. Los, Abfahrt. Beide im Endenschritt vorlaufen. Ich hab euch im Blick. Normal laufen, hab ich gesagt. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Du dürfst dich nochmal neu verstecken. Herzlichen Glückwunsch. Die denken alle, ich suche die Leute hier zum ersten Mal. Ich kenne doch eure Geheimverstecke. Also, einer soll ein richtig Baba-Versteck haben. Es gibt halt so viele Häuser hier. Es gibt halt drei Häuser insgesamt, ne? Ich finde ja wirklich niemanden. Das macht mich gerade richtig sauer. Das macht mich... Und wenn ich hier jemanden finde, Digga. Das hat mich sauer gemacht, dass du hier bist. Du zeigst mir jetzt, wo jemand ist, aber Abfahrt. Frech. Da muss man sagen, das war ein Baba-Versteck. Hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so einfach gefunden. Sollen wir tanzen? Ja? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich suche noch ein bisschen. Gleich machen wir hier mit Joker. Dann werden wir mal zu... ...dem Haus hier gehen. Oh, hier waren wir noch gar nicht gewesen. Was hat denn das da mit dem Bär auf sich? Ja, das sind so einfache Dinge hier. Was hat denn das da mit dem Bär auf sich? Tja, da hat dich wohl der Biberbär verraten. Zeig mir die anderen, los. Zeig mir die anderen. Könnte auch sein, dass ich... Nein, nein. Oh, ich wollte gerade sagen. Das wäre... Da hättest du echt Bonuspunkte von mir bekommen. Da hättest du richtig Bonuspunkte bekommen. Herr, stehenbleiben! Fischkopf, zurückkommen. Zurückkommen, sofort. Was ist denn das hier? Wolltest du mir das verheimlichen? So. Ihr... ...seit... ...schlecht. Und wisst ihr, was wir da machen? Der Letzte, der rauskommt... ...ist der Überlebende. Es dürfte nur einer raus. Es dürfte nur einer rauskommen. Überlegt euch, wie er es sein wird. Es dürfte nur einer rauskommen. Vielleicht solltet ihr gegen die anderen kämpfen. Nur so als kleinen Tipp. Und du denkst jetzt, du hast gewonnen, ne? Denkst du, du hast gewonnen? Weil ihr so frech wart, musst du mir noch einen bringen. Und dann hast du gewonnen. So sind die Regeln von mir. Abfahrt, raus, raus, raus. Los, zeig sie mir. Wo sind sie alle? Hier war ich ja schon dreimal. Die Waffe lädt sich. Die Waffe lädt sich. Los, such. Komm, such. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Du bist jetzt mein Gehilfe. Wenn du jemanden gefunden hast, schießt du in die Luft mehrmals, okay? Sehr gut. Auf dem Weg. Such sie, such sie. Ich habe das Gefühl, die Leute sind mehr außerhalb, ne? Oder? Ich glaube, das... Jetzt zeig mir direkt. Komm, zeig mir direkt. Zeig mir direkt, wo die Leute sind. Das ist sehr gut. Willst du mich veräppeln, ne? Willst du mich veräppeln, ne? Stehen bleiben. Kollege. Er wollte mich veräppeln. Schade, dass man hier meine Gutmüdigkeit so ausnutzt. Ja, die Map ist groß. Deswegen gut, dass wir hier auch einen Helfer haben. Hier bei diesem Wohnmobil. Alter, Leute. Wie gemein das ist. Wie gemein ist denn bitte dieses Versteck. Also ich finde die Map geil. Die hat gute Verstecke. Aber, ähm... Es ist halt ein bisschen zu groß. Ah, guck mal, mein Helfer, der findet auch keinen. Okay, WTF. Krass. Die suchen ja jetzt schon zu zweit, ne? Ja, ich will doch nicht, dass die tanzen. Ich weiß, das dauert zwar ein bisschen, äh, länger. Aber ich will eigentlich noch nicht, dass die tanzen, weil das Tanzt ist halt echt zu unfair dann. Ich habe das Gefühl, wir konzentrieren uns ein bisschen zu viel auf innen. So auf ganz eklig hier in den Felsspalten. Und wenn ich hier jemanden erwischen sollte aus den Felsspalten, ich sage euch ehrlich. Da seid ihr unten durch bei mir. Junge, was ist denn hier mit unserem Helfer los? Der Helfer hat ja noch nicht eingefunden. Der ist ja komplett überfordert. Schade, Helfer. Ne, weitersuchen, weitersuchen. Will er hier, will er, der will aufgeben. Weitersuchen. Weiter, Abfahrt. Wenn jemanden hast, in die Luft schießen. Bescheid weiß. Warte mal. Ey, ich glaube, ich tick aus. Ich tick aus. Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, wenn man schon so eine Verstecke hat bei der Map, dann wisst ihr alles. Dann wisst ihr wirklich. Game over. Game over. Real talk. Das ist so krass, ist das. Guckt euch das an. Wenn du hier drinne bist, wer will dich da finden. Da kann dich gar keiner finden. Bin gespannt, wo die Leute sind. Was ist das hier? Du zeigst mir jetzt, wo die Leute sind. Abfahrt. Los. Komm, 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 komm. Zieh durch. Ich will wissen, wo die Leute sind. Da war ich aber schon. Das ist dir klar, ne? Ist dir das klar, dass ich da schon war? Ja? Und warum gehst du da hin? Schade, Philipp. Ey, der hat ja immer noch keinen gefunden. Was haben wir uns denn hier für einen Helfer eingestellt? Ich habe das Gefühl, dass da jemand drin ist. Er hat einen. Stark. Ich komme. Alarm. Alarm. Stark. Aha. Digga. Ich glaube, ich spinne. Raus, komm. Raus, komm. Sehr gut. Komm her, Gehilfe. Du hast echt gute Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf dich, Gehilfe. Aber jetzt musst du leider von uns gehen. Raus, komm. Bernd, boy, raus, komm. Ich wollte dich eigentlich zu meinen neuen Gehilfen machen. Hier, nimm den Grabdown. Komm raus. So, und jetzt gibst du mir die Sachen wieder. So. Zeig mir, wo sind die anderen. Zeig mir. Los, 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 los. Du schießt in die Luft, wenn du jemanden findest, okay? Und wenn du dich besser anstellst, als der Gehilfe von eben und schneller jemanden findest, lass ich dich sogar vielleicht leben. Also überleg's dir. Da sind noch fünf Leute. Ne, doch, fünf Leute müssen noch versteckt sein, ne? Ich wette, es gibt ein Versteck, wo zwei, drei Leute nochmal drin chillen. Auf einmal, weißt du? Bei den Ranken sieht's halt... Bei den Ranken... Das ist so frech, Digga. Das ist so frech. Es ist so frech, wie du dich hier vor meiner Nase versteckst. Raus, komm. So, jetzt zeigt mir, wo jemand anderes ist. Ey, wir suchen hier fast eine Stunde. Ich bin gespannt, ob er uns einen zeigen kann. Ja, wir machen jetzt mal so. Tanzt mal einmal. Tanzt mal einmal, Leute. Jetzt kommt der Joker. Die müssen einmal tanzen, weil ich bin sonst zu lost. Ich höre nix. Das ist krass. Man hört gar nix. Die tanzen auch gar nicht. Wie gesagt, die Realzeit, da tanzt gar keiner. Okay, Digga, wir brechen jetzt mal ab. Einer nach dem anderen kommt raus. Dave Knight, komm du mal raus. Wo bist du, Dave Knight? Äh, ich bin da beim See unten. Da beim Fluss. Ähm... Ah, ja, hier. Wo warst du? Du warst vor mir gestanden. Ich war im Wasserfall drinnen. Ich konnte dich streicheln. Ich war hier gleich gestanden. Im Stein drinnen. Und du bist immer gegen mich gelaufen. Nein. Du bist vielmal gegen mich gelaufen. Aber du hast dich nie entdeckt. Krass, krass, krass. Okay, der nächste einmal bitte rauskommt. Oh mein... Never ever. Was? Ja, okay. Das ist zu krank, Digga. Das ist zu krank. G. G, Jungs. GG. Wirklich jetzt. Okay, und der letzte ist... It's me. Wo bist du? Eigentlich genau am gleichen Versteck wie die anderen. Nur an der Anfangsbrücke. Okay. Hier, hier, hier. Dein Gehelfer... Dein Helfer und du. Was da? Man konnte mich riechen. Ja, ich weiß. Aber das siehst du ja halt echt nicht, ey. Wenn du dich drauf einst, das ist zu krass, Leute. Bam. Die Map war echt zu schwer gewesen. Leute, das war eine zu krasse Map. Checkt die Streams aus, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, Leute. Lasst kostenlos ab oder stein hier es hin. Bam.